Das muss sein! Das muss sein! Etwa 200 Demonstranten protestierten am Mittwochabend vor der irischen Botschaft im ersten Bezirk. Grund für die Demo war das international kritisierte Abtreibungsverbot in Irland. Das irische Abtreibungsgesetz gilt als eines der strengsten in Europa. Wir sehen, wie viele Frauen sterben müssen, zum Beispiel in Irland, weil ihnen kein Zugang zu Abtreibungen zur Verfügung steht. Und zu genau sicheren Abtreibungen vor allem auch. Aus Sicht von Juristen soll das irische Abtreibungsverbot menschenrechtswidrig sein. Ein Abtreibungsverbot ist in meinen Augen menschenrechtswidrig, weil die Selbstbeschwingung der Frauen durch den Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention Right of Privacy geschützt ist und weil illegale Schwangerschaftsabbrüche auch Leben und Gesundheit der Frauen gefährden und auch Leben und der Gesundheit der Frauen sind Menschenrechte. In vielen Ländern ist es so, dass es völlig egal ist, was der Frau passiert ist, dass nicht nur der Wunsch und der Wille der Frau über einen eigenen Körper zu entscheiden nicht berücksichtigt wird, sondern dass es auch noch dazu völlig egal ist, was der Frau vorher angetan worden ist, wie zum Beispiel Vergewaltigung, Missbrauch etc. In Irland ist das Abtreibungsverbot in der Verfassung festgeschrieben. Aufgrund der internationalen Proteste und anderem auch der UN will die irische Regierung nun eine Verfassungsänderung diskutieren. Am 15. Oktober kommt es nun zu einem ersten Treffen. Die Demo fand anlässlich des Internationalen Aktionstags für legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch statt. Die Route führte von der irischen Botschaft in der Roten Turmstraße über den Fleischmarkt zur Postgasse. Gefordert wird ein Recht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch. Das Ziel ist, dass es in Österreich und in jedem anderen Land der Welt möglich sein muss, für jede Frau in jedem Spital einen legalen, sicheren und kostenlosen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, wann immer sie das möchte, ohne dabei eingeschränkt zu werden von irgendjemandem. Laut Polizei nahmen etwa 200 Personen an der Demonstration teil, die am Mittwochabend friedlich zu Ende gingen.